Und jetzt die Kurznachrichten. Die Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern wird beim G7-Gipfel ihre bayerischen Kollegen vom 26. bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau unterstützen. Beim G7-Gipfel treffen sich die Regierungschefs der sieben stärksten Industrienationen der Welt. Insgesamt werden 300 Polizisten aus MV eingesetzt. In Wittenförden sind unbekannte Täter am Wochenende in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Nach einer ersten Übersicht wurden Bargeld und ein Laptop gestohlen. Die Täter drangen den Spuren zufolge gewaltsam durch ein Fenster in das Büro der Einrichtung. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zwischen Ludwigs Lust und Horn Karten ist am 12. Juni ein Motorrad mit Beiwagen schwer verunglückt. Dabei wurde ein 5-jähriger Junge schwer verletzt. Der 51-jährige deutsche Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. In Schwerin nahmen zahlreiche Kinder und Jugendliche am Schulsanitätsdienstwettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes teil. An verschiedenen Erste-Hilfe-Stationen wurden Unfallsituationen nachgestellt. Die Nachwuchssanitäter aus der 5. bis 12. Klasse zeigten eindrucksvolles Engagement. Wir sind nicht Herzens anwOMAN. Vielen Dank.